so so artefakt was ist das denn für eine habt jetzt kein bock mehr das durchzulesen wer will kann auf paul zu drücken das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd dass wir hier kennt man ja bereits aus dem zweiten teil das ist blöd dass man hier nicht alle achtung geht es mal kurz oder du feuerst so ok klingt so wie hypnose ja voll die hypnose haha voll die hypnose diese typen hätten es mit einer kompletten armee auf ich will zu dass ich einen weg zurück ja den finden wir bestimmt oh was haben wir hier noch feines ok ich hab nicht drauf geachtet was war das schuldschopper schienenbeschleuniger oh uiuiuiuiuiui Was war das? Oh, es kommt. Okay, das hätten wir. Okay, Moment. Wir müssen jetzt da lang. Klar hacken wir das hier noch, ne? Oh, klasse. Wir haben nichts, um da was zwischenzuwerfen. Ja, achso, kann man auch. Oder hast Schaden genommen. Oh, cool. Zwei Schaden plus ein Feuerrad. Ich frage mich, ob das so das Nonplusultra ist oder ob es da später noch mehr gibt. Also, plus zwei, plus zwei oder alles plus ein oder so. Das wäre geil. Okay. Klingt geil, oh. Ah, hier sind wir wieder beim Eingang. Ja. Okay, dann würde ich sagen, noch bis zum nächsten Speicherpunkt oder so. Was machst du da jetzt noch? Tust du noch was? Gut, gut. Da müssen wir durch. Was war... Ach, nee. Von da kommen wir, ja. Okay. Mein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Oh, cool. Ja, da solltest du vielleicht nicht unbedingt rein. Ah, wir müssen schnell in den Sicherheitsraum. Okay. Finde ich voll geil gemacht, sodass sich quasi die Umgebung hier verändert. Dadurch. Eine Bank, eine Bank. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... Wobei, naja. Schwerer Elite-Rahmen. Schümbelschleiniger gucke ich mir gleich mal an. Alter, schwer. Alter, wie viel. Was haben wir denn da? Plus Kryobrenner. Ne. Das ist ja wahrscheinlich... Nö. Okay, das schon mal nicht. Hier auch nicht. Ups. Schienenbeschleiniger. Da. Da. Was macht der denn? Er schafft Laserminen. Ah, geil. Das sind diese... Äh, Fallen. Da kann man Fallen mit platzieren dann. Schadensboost. Ja, komm. Hau drauf. Nicht. Alles klar. Okay. Ne, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut so. So, ich würde sagen beim nächsten Speicherpunkt. Ich weiß nicht, war da eben einer? Ah. Egal. Gucken wir einfach noch ein bisschen weiter. Muss ja... Früher oder später muss ja hier einer kommen, ne? Immer wenn... Spätestens immer, wenn wir eine Mission abgeschlossen haben. Oder ein Missionsabschnitt. So, aber was haben wir denn hier? Find das. Piep. 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 Okay, von dort kommen wir ja, ne? Ja. Was ist jetzt gerade an der Waffe? Schade, hält nicht da drauf. Alter, so ein schneller Mongo. Wow, scheiße. Wow, verpiss dich. Alter, schieb ab. Die stinkt. Alter, wie viele? What the fuck, der entdeckt? Geilo. Okay. Mhm. Okay. Heftige Lage. Oh. Oh. Cool, hast das schon gelöst. Achtung her. Ah, verstehe. Was ist los? Wohin willst du? Oh. Zack. Das nehme ich natürlich noch mit. Okay. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich brauche nicht das Friendly Firehose, ansonsten hätte ich dich gerade gekillt. Glaube ich. Ich lade mal kurz durch. Oh. Okay, gerade bist du da schon. Nee. Kacke. Kacke. Oh Gott, lass mich bloß nicht flicken. Oh. Blau. Blau. Wo müssen wir überhaupt da wieder rein? Okay. Ja, natürlich feuern sie nur auf mich. Alter, beeil dich. Alter, ich gehe hier drauf. Sie müssen mir helfen. Ich bin tot. Scheiße, da habe ich zu spät geklickt. Aufheilen. Scheiße, ich komme gar nicht dazu. Nicht zu heilen. Alter, leck mir doch. Geh weiter zum Nettbelektor. Was, was, wo? Am Arsch. Okay, warte, wo müssen wir lang? Okay, lauf. Gut, wenigstens lauern sie uns hier nicht auf. Haha. Ach, das sind diese Stace-Piecher, ne? Die so verfickt flink sind. Okay, ich habe mich schon gefragt, wann die kochen. Ja. Alter, kann das vielmeid. Wow! Ach, du Scheiße. Wann, das viele. Da ist ne... Ist da ein Sprengsatz dran? Guck mal. Achtung. Ne. Hä, ich war der Meinung, da war ein Sprengsatz dran. Oder hattest du den daran gebackt? Ha. Okay, Frage. Warum tauchen die Viecher erst jetzt auf? Okay, ein dickes. Zwei kleine. Und das kann ich wieder anlegen. Sehr gut. Oh. Ich glaube, ich bin gerade... Falsch... Alter. Okay. Ja, ich sehe das auch. Das ist ziemlich kranker Shit. Alles okay? Ja. Es ist nur... Hier ist was, was ich mir ansehen muss. Das hatte ich auch gesehen. Das hatte ich auch drauf. Diesmal. Okay. Ganz kurz. Frage. Wollen wir das noch machen jetzt? Die optionale Mission? Weiter. Willst du das aufnehmen? Alles klar. Dann unterbreche ich hier kurz die Aufnahme, dass wir gleichzeitig starten, dass wir die Folgen auch in etwa parallel haben. Bis gleich.